Ja, äh, was findest du? Ja! Also, ja, wie wir, es sind jetzt zur originalen Mutagsdemo, die irgendwann in den... Also, ich packe mal an. Die Mut aus dem, dass wir vielleicht... ...wahrscheinlich wünschen wir gar nicht mehr, ist ja ursprünglich eine linke Erfindung. Ja, und es ging ursprünglich gegen die Hartz-Bürger-Reform, also so ungefähr um 2004, 2005, und es gibt tatsächlich eine Demo, die damals gestartet wurde, und die bis auf den heutigen Tag standgehalten hat und wohl auch immer jeden Montag am Start ist, und zwar in Bremen und dort sind sie gerade im Unterwegsgut. Es gab einen Zugununglück irgendwo auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen, aus dem und dem Grund ist der Zug hier stehen. Aber auch das hält uns nicht auf. Wir werden nach Bremen kommen, kostet es was es will. Kurt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017